Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es um dieses Buch, ein Fotografiebuch für Anfänger von meinem Kollegen und YouTube-Partner Markus Boos. Den Link zu seinem YouTube-Kanal findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und ja, er hat mir das zugeschickt. Ich will heute einfach mal meine Meinung dazu sagen. Viel Spaß damit. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, Markus, dass du mir dieses Buch hier zugeschickt hast, damit ich mal meine Meinung dazu sagen kann. Du hast es mir ja schon im Januar zugeschickt und ich mache jetzt ein Video dazu. Hat mehrere Gründe. Zum einen hatte ich relativ wenig Zeit am Anfang des Jahres und ich wollte natürlich auch erstmal das Buch wirklich komplett durchlesen, bevor ich da irgendeine Meinung bringe, wo ich nur ein bisschen überschlagen habe, das Ganze. Also ich habe es mir wirklich komplett durchgelesen. Ich bin, kann ich jetzt schon sagen, hellauf begeistert. Denn Markus ist jemand, der einen sehr coolen Schreibstil hat, der sehr, ich will nicht sagen einfach schreibt, weil das klingt irgendwie abwertend, sondern Markus schreibt so, dass man die Sätze sehr einfach versteht. Und auch gerade als Anfänger, wenn man neu in einem Thema ist, finde ich das gerade dann wichtig. Denn wenn man da mit irgendwelchen Schachtelsätzen oder so anfängt, auf keinen Fall. Deswegen sehr, sehr gut und einfach geschrieben. Das Buch ist im Humboldt Verlag erschienen, kostet 26,99 Euro. Und wie ich finde, ist das eine sehr gute Investition. Gleich vorweg, wenn ihr euch für das Buch interessiert, auch dazu packe ich den Link unten in die Videobeschreibung. Und ich möchte jetzt im Folgenden einfach mal noch so ein bisschen auf den Inhalt eingehen und was mir gut gefallen hat an dem Ganzen. Das Buch ist so aufgebaut, dass wir anfangen, was ist der ISO-Wert, was ist eine Blende, was ist die Verschlusszeit. Also wirklich die Themen, die Anfänger am Anfang wirklich interessieren. Da wird dann auch drüber gesprochen, wie fokussiere ich richtig und wie stelle ich zum Beispiel auch Licht gut ein, wie arbeite ich gut mit Licht und so weiter. Es ist immer so ein aufgebautes Buch. Ich kann es jetzt hier mal so ein bisschen zeigen, dass man auf der Seite hier ein bisschen Text hat und auf der Seite hier meistens Beispielfotos. Das ist ganz cool. Unter den Beispielfotos steht zum Beispiel auch immer hier die Kameraeinstellung. Also was hat Markus hier verwendet an Kameraeinstellungen, um dieses Bild zu machen? In dem Fall hier zum Beispiel geht es darum, den Hintergrund schön unscharf zu machen. Und ja, wie das Ganze funktioniert, hat er hier in seinen Einstellungen dann erklärt. Was ich auch richtig cool finde, ist, dass man hier neben der Theorie auch immer wieder Beispielfotos hat, die man exakt so nachfotografieren kann. Und Markus dann auch wirklich genau schreibt, was brauche ich dafür? Was ist die Idee hinter dem Konzept? Wie sind meine Kameraeinstellungen? Und wie hat er das Ganze dann durchgeführt? Und das ist immer so ein gleicher Ablauf hier bei diesen Beispielbildern. Das heißt, das Buch ist wirklich sehr geradlinig aufgebaut. Und das gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Damit kann auch jeder Anfänger wirklich was anfangen. Denn oftmals ist es ja so ein bisschen schwierig, auf eigene Ideen zu kommen. Und es ist schwierig, das Ganze dann umzusetzen, wenn man davon noch keine Ahnung hat. Aber das ist jetzt hier wirklich ein Buch, wo man sagen kann, das ist so geschrieben, dass es wirklich jeder von Anfang an versteht. Ich habe das Buch auch mal jemandem gegeben, der noch nie fotografiert hat. Und das ist mein Vater. Der hat sich das Buch auch mal durchgelesen. Nicht komplett, aber zumindest ein paar Kapitel. Und hat mir auch dann Feedback gegeben und hat mir auch gesagt, auch wirklich als Anfänger kann man damit was anfangen. Denn ich weiß natürlich, was hier geschrieben ist. Ich kenne die ganzen Thematiken. Aber ich habe das wirklich mal auch jemandem gegeben, der mit Fotografie überhaupt nichts am Hut hat. Und auch der konnte damit was anfangen. Also, wenn du jetzt selber sagst, du brauchst so ein Buch, weil du mit Fotografie noch nicht viel zu tun hast. Du willst es lernen. Oder du willst deine Kenntnisse vielleicht auch nochmal vertiefen. Dann kann ich dir das Buch wirklich hier von Markus empfehlen. Denn ich habe es selber getestet. Ich habe es andere testen lassen. Und wir haben alle gesagt, dass es ein sehr, sehr schönes Buch ist. Das sage ich jetzt auch nicht nur, weil ich den Markus mag. Das kommt natürlich auch noch mit dazu. Aber ich finde wirklich, dass jetzt objektiv betrachtet Markus hier sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Ich weiß auch, wie es ist, ein Buch zu schreiben. Das ist wirklich harte Arbeit. Und man macht es garantiert nicht aus finanziellen Gründen. Weil als Buchautor verdient man so gut wie nichts. Also, das ist wirklich hier eine Sache, denke ich mal, was eine Herzensangelegenheit von Markus war. Und von daher kann ich wirklich nur sagen, Hut ab. Und Leute, wenn ihr ein Buch kaufen wollt für Fotografieanfänger, dann das hier. Also, wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn du Fragen noch dazu hast, wenn ich jetzt irgendwas vergessen haben sollte hier bei meiner persönlichen Meinung, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche darauf zu antworten. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020